Du hast gerade alles gehört, was du über Liconet und MyWorld wissen musst. Aber sicher fragst du dich, wie verdiene ich dabei Geld? Lass uns über Geld sprechen. Mit Liconet hast du die Möglichkeit, bei jedem Einkauf, der innerhalb deiner gesamten Organisation generiert wird, Provisionen zu erhalten. Wie das funktioniert? Jeder Einkauf, den du mit deinem Team an MyWorld vermittelst, generiert Cashback und Shopping Points für deine Kunden. Daraus ergeben sich wiederum ein Marketingbonus sowie Shopping Points Plus für dich als Marketer. Das auf diese Weise generierte Einkaufsvolumen und die Shopping Points Plus bilden die Basis für deine Provisionen, den Marketingbonus und dein monatliches Einkommen. Beginnen wir mit dem Marketingbonus. Du erhältst bis zu 1% Marketingbonus bei jedem deiner eigenen Einkäufe sowie bei jedem Einkauf, den deine direkten Kunden tätigen. So einfach ist das. Was ist mit deinem monatlichen Einkommen? Nun, das basiert auch auf den täglichen Einkäufen in deiner Organisation. Je mehr Shopping Points Plus deine gesamte Organisation durch Einkäufe generiert, desto höher ist dein monatliches Einkommen. Von einem Teilzeiteinkommen von monatlich 500 Euro, das innerhalb weniger Monate leicht zu erreichen ist, bis hin zu einem Vollzeiteinkommen von monatlich 5.000 Euro oder sogar 50.000 Euro, ist alles möglich. Aber es gibt noch mehr. Liconet bringt dir auch eine angemessene Wertschätzung entgegen und honoriert dich für jeden Meilenstein auf deinem Weg zum Erfolg. Dazu gehören lebensverändernde Seminare an atemberaubenden Orten sowie einzigartige Incentives, die dazu beitragen, deinen Lebensstil exklusiver zu gestalten. Die beste Anerkennung kannst du durch unsere Zusammenarbeit mit der Child & Family Foundation erhalten. Seit mehr als 10 Jahren baut die Child & Family Foundation Schulen auf der ganzen Welt und ermöglicht dadurch tausenden von Kindern einen Zugang zur Bildung. Die höchste Ehre, die dir als Liconet-Marketer widerfahren kann, ist es, eine Schule in deinem Namen gewidmet zu bekommen. Dadurch kannst du das Leben von hunderten von Kindern und deren Familien zum Positiven verändern. Stelle also noch heute dein eigenes Unternehmen auf die Beine und gestalte deine erfolgreiche Zukunft.